Es ist 22 Uhr und die Beamten bekamen den Funkspruch, es hatte einen Schusswechsel gegeben. Es hat bereits zwei Verletzte gegeben. Die Beamten rückten sofort mit Blaulichtern. Die Beamten versuchen zuerst die Leute zu beruhigen, bevor sie mit ihren Befragungen anfangen können. Als wir im Einsatzort ankommen, liegt einer der verletzten Personen noch im Krankenwagen und kämpft um sein Leben. Damit ich die Leute nicht auch noch beunruhige, blaue ich mit der Kamera im Wagen. Es handelt sich um Streitigkeiten zwischen zwei Drohnenbanden. Es ging um eine Revierstreitigkeit um diese Bushaltestelle. Vier Personen wurden an diesem Abend verletzt. Einer schwebt noch in Lebensgefahr. Schon seit Jahren schreibt die Kriminalstatistik hier wozu zahlen. An diesem Abend bin ich mit der zweiten Einsatztruppe unterwegs. Plötzlich bekommen die Beamten den Funkspruch, dass sein Fahrzeug wenige Meter von uns entfernt eine Polizeikontrolle durchbrach. Als es auf einmal an uns vorbei rast, nehmen die Beamten sofort die Verfolgung hoch. Ich steige vorsichtig aus dem Fahrzeug aus, um zu sehen, um wen es sich bei der flüchtigen Person handelt. Und wieder sehe ich, dass der Täter ein junger Mann unter 20 Jahren ist. Der junge Mann ergriff die Flucht, da er ohne Führerschein mit dem Wagen seiner Motor unterwegs war. An diesem Abend bin ich wieder mit der Gruppe von Stefan unterwegs. Sie versuchen in ihrem Zielfahrzeug ein paar Fotos zu schießen von ein paar jungen Männern, die hier jeden Tag Drogen verkaufen. Doch bereits nach wenigen Sekunden bemerken uns die Jugendlichen und kommen direkt auf uns zu. Also unterscheiden wir uns noch ein paar Jahre. An dieser Kahn,한 dieser Kahn, in der Kahn, auf den Wagen der Kinder haben sie am flyer. An dieser in der Kahn, um die Kahn, fnan, auf die Schuss auf der Flamerе. An dieser Kahn fuhlger Interfermation hat. Die Dester sind in der Flamme der Flamme der Flamme der Flamme der Flamme. Ah, eine Kahn, dass die inf 오�很多 ist. Ich habe eine Flamme der Flamme, die im Partacke auf die Flamme. Na unmöglichkeit ist und das ist der Flamme. Hier bekomme ich langsam das Gefühl, dass die Polizei nur eine Lachnummer für die Jugendlichen hier ist. Das Ganze gleich dann im Kotz und Maul spielt. Damit die Situation hier nicht auch noch droht zu eskalieren, sprechen die Beamten ein Platzverbot aus. Als die Beamten ein zweites Mal den Platzverbot aussprechen, ziehen sich die Jugendlichen erstmal zurück. Komm, 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 komm! Später am Abend kontrollieren die Beamten ein Fahrzeug abseits der Straße. Genau an solchen Orten finden meist auch die Übergaben statt. Die Beamten wissen schon seit längerer Zeit, dass diese Stelle als toben Umschlagplatz genutzt wird. Eine Person befand sich bereits am Parkplatz, als das verdächtige Fahrzeug rankam und befindet sich nun selbst in der Kontrolle. Wenige Meter von uns entfernt wachten seine Kollegen, die wegen irgendetwas beunruhigt sind. Hier sieht man noch einmal, dass jeder der nicht aus der Vorschrift kommt, ihr nicht da wünscht ist. Als wir aufbrechen wollten, bemerkt einer der Beamten noch etwas und geht nochmal zurück. Steige wieder aus dem Fahrzeug und folge den Beamten, um zu sehen, was passiert. Schnell versuchen die Beamten, die jungen Männer noch zu fassen. Nach wenigen Sekunden haben Marco und seine Kollegen einen der Täter gefasst. Dieser junge Mann wollte hier über die Mauer unbemerkt verschwinden, doch die Beamten waren schneller. Die Beamten bringen den jungen Mann zum Einsatzwagen, die zweite Person ist weiterhin flüchtig. Auf der Dienststelle angekommen erfahre ich, dass dieser junge Mann gerade mal 15 Jahre alt ist. Auf dem jungen Mann finden die Beamten einen Schraubenzieher und 200 Euro in Bargeld. Ein paar Minuten später sind die Beamten wieder auf Streife. Aus der Stärkkommen. Aus der Stärkkommen. Aus der Stärkkommen. Das sind die Verhuxikisten mit einem Schlör. Das ist hier, das ist. Das ist das prophesie. Er ist kogfung bekannt. Das Researchers auf einen Weg mit einem diesen Weg. Mein junger Mann fährt an den Bahn und vorbei ohne Helm und ohne Licht. Doch die Beamten können sich nicht mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen, es gibt auch so schon genug zu tun. Wir begeben uns nun zu einer Mutter, die soeben überfallen wurde. Die Mutter hatte ihren Bus verpasst und wartete auf den nächsten, als ein junger Mann ihr die Tasche von der Schulter riss. Die Frau ist selbst schockiert, wie brutal es in Kornhof geworden ist. Der Mann ist auf der Kiste. Er ist ein Neuer. Er ist ein Neuer. Er ist ein Neuer. Er ist ein Neuer. Ich hab ihn alles in weiß. Er ist weg? Er ist weg? Nein, er ist weg von der anderen Seite. 15-16 Jahre alt. Ja, das ist nicht mehr sensibel. Und ihr habt ihr was? Votre sac? Votre Telefon portable? Ja. 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 Er hat man und er hat man, ein Honorar gelang! Er hat man gewonnen. Er hat man gewonnen. Er hat man ohne hat. Er hat man gewonnen hat. Er hat man gewonnen, den ich Siege. Er hat man gewonnen. Er hat man gewonnen hat. Er hat man gewonnen hat. Ich habe ich gesehen, das war nicht überladen. Aber ich habe auch schon gesagt, dass er nicht an. Ich weiß ich nicht auf die Üle geht. Ettlich, meeting ich ihm auf. Viele Kinder hier möchten später Polizist oder Feuerwehrmann werden, um ihren Familien in solchen Situationen zu helfen. Die Beamten fahren eine Runde mit der Frau in der Hoffnung, sie würden den Täter wiedererkennen. Auf der Suche nach dem Täter bekommt die Frau es plötzlich mit Angst zu tun, als wir uns einer Gruppe Jugendlich ernähren. Marco entscheidet sich dennoch für eine Kontrolle. Die Jugendlichen sind bereits gewarnt durch das Pfeifen des Speers. Als der Beamte einen Schritt auf sie zu macht, ergreifen sie plötzlich die Flucht. Die Beamten glauben, dass der Täter bereits seine Kleidung gewechselt hat und die Sachen bereits verkauft hat. Die Begründung von der V twenties wird schnell er носiert. Sie können sie an, die conduit. Sie können sie an, die sie vorbekommen nehmen. Sie wollen sie anrufen? Sie wollen sie anrufen? Sie wollen es für die gesamten? Sie können sie anrufen? Sie müssen sich anrufen. Sie haben sie vorbekommen? Sie gehen mit, sie müssen sich anrufen. Sie können sie anrufen? Autos werden in Brand gesteckt, Einwohner werden terrorisiert. Doch warum sagt niemand etwas, sondern wird einfach so hingenommen das Ganze? Auf der Antwort nach dieser Frage fahre ich zu Rose in ein Kloster. Sie tätigte damals eine Auslage bei der Polizei und hat sich seitdem hier versteckt. Er will nicht den es. Warum? Aber es ist in denunziert. Wir können es etwas tun tun. Wenn ihr aus dem Nacht, ihr seid, ihr seid, ihr seid. Ihr seid, ihr seid. Ihr seid und ihr seid. Bis zum nächsten Mal, ihr seid. Und ihr seid. Und es ist immer noch ein Fläu. Ein Hier, eine Stadt, eine Stadt oder ein Stadt. Rose hat mir nun ein wenig über das Leben in der Vorstadt erzählt. Und genau so habe ich das bis jetzt auch wahrnehmen können. Die Polizei hat überhaupt keinen Überblick mehr. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas in Frankreich gibt und bin schockiert über die Umstände in den Vorstädten. Heute will Marco mir noch einen Niedertrag zeigen. Der Schuch, der der Schuch, die sie vermitteln, die anderen kommen, dann habe ich die Knoten. Wir monten unsere Präsenz. Das ist schon so easy. Wenn man sieht, dass das Kunden aus dem Preis aus dem Kunden kommt. Die Leute aus dem Knoten mit dem Boney, das ist der Knoten. Der Knoten. Das ist ja, das ist der Knoten. Hallo Herr, wir haben einen kleinen Kontrollen gemacht, Herr. Ich glaube, Sie haben etwas geschehen, Herr. Marco hebt ein kleines Tütschön auf, dass der Mann wohl vor der Kontrolle fallen geressen hat. Wieder ein Beweis für die Beamten, dass hier in der Nähe ein Drogenumschlagplatz ist. An diesem Abend kontrollieren die Beamten mehrere Kunden der Dealer. Bei mehreren Personen bestätigt sich der Verdacht, dass hier ganz in der Nähe gedealt wird. Heute begleite ich die Beamten in den Straßen von Sevran. Die Beamten beobachten einen vermeintlichen Kunden, der gerade aus dem Dealergebäude kommt. Also, wo geht's. Ich suche die Beamten. Sie sind ja? Ja. Du hast keine Seringe? Kein Kote, nicht? Ich bin nicht? Ich habe es. Du hast sie? Du hast da vorne? Ich werde es dir. Ich habe es in der Bühne. Oder in der Bühne. Du hast du auf welchen Etage? Auf der 7. Die 7-m Etage? Was das man hier? Wie ist das? Er ist kein Helmler. Er hat das Gams? Er hat die Gams? Ja, er hat die Gams. Erst am Abend fallen die Bomben wieder her. Der Beamte bleibt neben dem Speer stehen, um sich sein Gesicht zu merken. Der Speer ist das Schwesterglied in der Kette des organisierten Drogenhandels. Hier kann ein Speer rund 200 Euro am Tag verdienen. Ich habe einen Speer, aber ich kann nicht sagen, dass ich den kleinen Bremsen habe. Ich habe einen Speer, die zwei. Und dann auf die Seite. Und dann auf die Seite. Das ist kein Speer? Nein. Ich habe einen Speer, nicht mehr. Ich habe einen Speer, aber nicht mehr. Am nächsten Tag ist es endlich soweit. Die Beamten planen einen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel. Innerhalb einer Minute haben 30 Polizisten sich im Gebäude platziert. Acht verdächtige Personen wurden bereits verhaftet. Draußen verhaften weitere Beamte die Speer. Neben dem Polizeieinsatz geht für manche Leute hier das normale Leben weiter. Nun heißt es die Wohnungen der verhafteten Personen zu durchsuchen. Dieser Mann ist einer der Haupttäter in unserem Fall. Die Haupttäter in diesem Fall ist die Haupttäter. Der Haupttäter in diesem Fall ist der Haupttäter. Der Haupttäter in diesem Fall ist der Haupttäter. Der Haupttäter in diesem Fall ist der Haupttäter. In der Wohnung finden die Bomben jede Menge Bargeld noch keine Drogen werden sichergestellt. Der Haupttäter in diesem Fall ist der Haupttäter. Der Haupttäter in diesem Fall ist der Haupttäter. Der Haupttäter in diesem Fall ist die Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der junge Mann behauptet, das Geld sei von seinem Bruder und er hatte nicht gewusst, dass es hier versteckt sein würde. Die geplante Lieferung von 20 Kilo haben die Beamten leider nicht sicherstellen können. Dennoch haben die Beamten genug Beweise gegen den jungen Mann und er wird sofort verhaftet. Doch hier ändert das nichts. Der Dieder wird ersetzt und alles beginnt von vorne.